Herzlich Willkommen! Wir dürfen Ihnen in wenigen Sekunden das Projekt iMOOX vorstellen. Das Projekt mit dem Titel iMOOX – Die MOOC-Plattform als Service für alle österreichischen Hochschulen. Wir laden alle österreichischen Hochschulen ein, dass wir gemeinsam unsere MOOCs anbieten. Das machen mit uns bereits 92 Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartner. iMOOX soll im Rahmen des Projekts so ausgebaut werden, dass wir technisch, organisatorisch, logistisch und mediendidaktisch sinnvolle MOOCs von allen anbieten können. Und das auch noch, indem wir ausschließlich offen lizenzierte MOOCs als OER anbieten. Alles DSGVO-konform und eben in höchster Qualität. Im Jänner 2021 erfolgte ein Relaunch der gesamten Plattform. Es wurden auch Landingpages für unsere Partnerinnen und Partner eingeführt. Seit Juli haben wir eine eigene iMOOX-App genannt, iMOOX Coach. Und mit Herbst wird nun das Learning Analytics Dashboard für alle Kurserstellerinnen und Kursersteller freigeschaltet. So erhalten Lehrende wertvolle Hinweise, wie ihre MOOCs performen. Zu guter Letzt etablierten wir auch ein Fachgremium, in dem wir die weiteren Entwicklungsschritte von iMOOX gemeinsam festlegen. Und das Beste zum Schluss. Zum Start des Wintersemesters 2021-22 werden wir über 20 neue MOOCs auf iMOOX veröffentlichen. Wir dürfen Sie also herzlich einladen. Wenn Sie ebenfalls eine MOOC Ihrer Hochschule anbieten wollen, schreiben Sie uns einfach, schnell und unkompliziert. wie ein Complexity steigern. Im Jänner 2021-22 wird uns hier über 20-25 herz IV gemacht werden.